hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen let's play und zwar neon abyss und dann machen wir noch schnell ton an ein bisschen sehr schön also neon abyss schauen wir uns an so laut muss es dann aber auch wieder nicht sein so mehrheitlich mit tastatur auch so schon ein bisschen besser so und lassen wir voll die musik nehmen wir ein bisschen runter okay also dann schauen wir uns das spiel mal an hauptsächlich mit der tastatur zu spielen immer sagen auf geht's ab geht's mein freund feind meines feindes ich bin hades die titan group hat mir fast alle meine kräfte genommen und deine familie zerstört eure kämpfer wie dich um ihrer herrschaft ein ende zu setzen schenke sich da noch ein bisschen was ein nice neongetränk wenn es dich nach rache dürstet dann trinkt trinken wir mal diesen neonsaft hier so wir schauen mal schnell wieder die steuerung so funktioniert also wir haben hier sachen zur auswahl wir haben mit e können wir dann interagieren ich glaube hier dann a und d zum gehen dann haben wir es wenn wir irgendwo runter gehen müssen dann haben wir die leertasse zu springen und wir haben hier die map die wir auch noch mit dem tabulator machen können oder wir haben sie auch hier oben ich würde mal sagen watschen wir mal los wir haben hier auch ok je länger du gedrückt desto höher springt er ok dann haben wir es genau zum runter gehen aha im schiessen gedrückt halten ok ok oh 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 ja jahre jahre ein bisschen Geschicklichkeit hier angesagt. Aha. Terry. Hab ich nicht gesehen. E. Ah, hinter der Oda. Okay. Ah, das ist einfach eine andere Waffe. Wie komme ich denn jetzt da? Geht nicht, hä? Komisch. Was habe ich hier? Zerstöre? Zerstöre was? Jetzt kann ich nicht mehr springen. Mehr Kristalle nötig. Okay. Geh nochmals zurück hier. Aktiviere Gegenstände, verleihen dir besondere Kräfte. Die meisten verbrauchen violette Kristalle, wenn du sie benutzt. Okay, zum Hochsteigen, hä? Okay, hat nicht gereicht. Hier auch nicht, hä? F. Oh shit. Ah. Aha. Okay. Ah. Okay. Nee, ich wollte nicht nochmals. Okay. Warte mal schnell. Ja. So. Mit E kann man das. Ach so. Okay. Und wieder. Ah. Bombe hier. Aber warum kann ich jetzt hier immer noch nicht? Ich bin eh fast schon down. Kann man nicht so unterholen, hä? Schade. Naja, gut. Vielleicht nachher noch. Okay. Aus diesen Eiern schlüpfen während eines Abenteuers verschiedene Begleiters. Allerdings klappt das nicht immer. Okay. Kann man nichts tun, hä? Äh, das Dorf ist jetzt nur irgendwie... Äh, so geht's runter. Ah, okay. Das ist jetzt der, der Port, hä? Ah, okay. Ich bin schon bei der ersten Mission. Große mir, hä? Geht da nicht. Schon bei der ersten Mission. Große mir, hä? Okay. Die Frage ist jetzt halt, hä? Äh, die Frage ist jetzt halt, hä? Äh, machen wir nochmals? Hui. Hm. Ja, erste Mission. Wir haben schon Mühe. Wir haben ja da einen Schlüssel. Ah, da passiert gar nichts. Ach, ich muss nur nahe ran. Ach so. Oh, okay. Okay. Äh. 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 Nein, 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 ach du dickes Ding, fast hätte ich jetzt hier aber einen abgelöstet. Wow. Puh, okay, also Übung macht den Meister, wir haben also das vorhin nicht herausgegrunden. Okay, das ist ein weiterer Raum, da haben wir bis jetzt drei Herze wieder. Hier wird einfach geballert, hier wird definitiv einfach geballert. Ah, Schlüssel, das ist sehr, sehr, sehr gut. Äh, und dann, ja, wird ja sein können, dass da was ist. Ah, warte mal, wir gehen, wir gehen noch schnell in eine andere Richtung hier. Okay. Wir gehen noch schnell hier hin und schauen. Okay. Okay. Oh, halt! Das wollte ich nicht, da, da komme ich nicht hoch. Aber hier. Ah, ich habe jetzt keine... Geht nicht, hä? Okay. Okay. Dann müssen wir warten, bis wir nochmals eine Granate finden. Ja. Oder sowas. Ähnliches. Alter, was ist das denn? Nein. Nein. Ah, jetzt habe ich es. Okay. Also, man muss sich halt schon wieder ein bisschen an so Sachen gewöhnen. Oh, shit. Okay. Also, die Truhe hier haben wir immer noch, aber wir haben eh keine Granaten mehr. Und es ist in jedem Raum, hä, in jedem Raum gibt es da... Oh, das ist gar nicht so eine schlechte Position, ja? Hey, Baby. Hey, nice. Das mit den Babys habe ich noch nicht ganz verstanden, ja? Okay. Das hat nicht geklappt. Okay. Ja, wir haben ja keine Granaten, hä? Das ist halt ein bisschen der Quatsch hier. Boah, die Ehre. Okay. Ah, Teleportsteine ist das. Okay. Da wäre dann eigentlich auch schon der Bossi-Boss. So halt hier gewesen. Haben wir... Ah, da mache ich drei Kristalle. Okay. Und hier ging es dann zum Boss. Ja, ich würde sagen, wir benutzen einmal die Kristalle. Aha. Okay. Wir haben Money, ja? 20. Schön. Bringt uns einfach herzlich wenig. Da kaufe ich vorher ein Herzchen. Ah, ein Shop ist das dann. Okay. Okay. Okay, da können wir uns also aufrüsten. Okay. Ich würde sagen, wir gehen nochmals schnell an den Anfang zurück, gell? Ah, wir porten schnell nach hier vorne, schauen wir schnell in die andere Richtung. Ich weiss nämlich nicht, was dieses Alien-Way wieder macht. Ich hab keine Ahnung. Was aber denn hier schon jetzt? Oh! Okay. Was halt geil ist, dass man halt einfach durch alle schiessen kann, ne? Klupf gescheitert. Kriegen wir noch endlich eine Granate? Oh! Ein Schlüssel. Ja, Schlüssel sind immer gut, ja. Ich muss mich hier einfach daran gewöhnen an einiges hier mit der Maus machen, hä? Das sind eigentlich die Miesse Peter hier oder? Oh nice, Alien BBX. Das ist einfach stärker geworden, oder? So, wir kriegen da wieder ein bissel an Money. Oh, ein Doppelstein. Wobei ich ehrlich sagen muss, hätte da lieber... Hey, das hat sogar funktioniert. Nice, da ist so, was kommt denn hier Schönes? Ein Kristall. Schutzgeister heißt, okay. Sonst haben wir da nichts. Okay. Ah, jetzt haben wir hier eine Mütze an hier. Aber immer noch keine Granate, hä? Ja, wir können natürlich wieder einmal mehr diese Truhe nicht aufmachen. Zum Ärger natürlich. Beide Truhen können wir nicht aufmachen. Das ist echt doof, hä? Ich meine, es bringt ja leider nichts. Das können wir vergessen. Das können wir definitiv vergessen. Was halt wirklich schade ist. Wieder Truhen versemmelt. Auch die hier können wir nicht öffnen, was wahrscheinlich eben doch... Und wir können nicht an die Wand springen, hä? Nein. Oh, das mit den Ketten hier? Ne, das geht auch nicht. Okay. Ja gut. Ja gut. Das bleibt uns anders übrig, als auf den Boss zu springen. Ui, die Kette. Gott. Ei. Oh, das ist ja natürlich klar, dass ich hier... Und da hat's mich. Der erste Tod. Was sind die immer noch hier? Keine Ahnung, was ich jetzt hier gerade freischaut. So, wir sind wieder in der Bar. Kannst du hier machen. Aufwerten. Aha, so kann ich ein bisschen aufwerten. Eins oder zwei. Okay. Aha, okay. Und hier kann ich nichts mitmachen. Okay. Ich weiß ja gar nicht, was das ist, aber egal. So, Charaktere haben wir. Ah, wir können da noch mehr freischalten dann. Hey, coole Sache hier. Okay. Äh, hier haben wir. Gebe einen Seed ein. Okay. Ja, würde ich sagen, beten. Die ist kaputt. Hä? Achso, ich muss da rein, ja. Alles klar. Hä? Okay. Okay. Dasselbe noch einmal, hä? Ja? Hä? 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 Kommt ja noch was vor. Nö. Ja, ich glaube, das lassen wir jetzt auch hier, weil sonst... Oh, krass. Äh, nein, schon hier bleiben. Okay, das brauchen wir also nicht. Das ist jetzt aber eine andere Area hier. Das machen wir auch nicht hier. Aber ich habe noch nicht ganz verstanden, was das genau ist. Ach, aber es hat doch... Ey, wisst du mich jetzt hier gerade... Ey. Ich achte halt einfach zu weniger drauf, hä? Kann ich mir das jetzt merken, oder was? F, schneller Start. Machen wir mal. Nochmals, komm. Wow. Wow. Du, in dem Endeffekt, die Übung macht den Meister. Oh. Eine völlig neue Art. Und spielen, ja? Zumindest für mich. Es hat viel mit Maus, hä? Und... Aber es ist halt ultra doof schon wieder. Leben verloren, hä? Ja, toll. Okay. Und was es hier noch gibt? Ah. Ja, das kann ich natürlich immer gut gebrauchen, hä? Ja. So, ein Ei hat es auch noch gegeben, und... Wow. Hoffentlich schlüpfen ja auch gute Sachen jetzt. So, ja. Wir porten uns gleich. Äh... Nee. Hier oben gibt es noch was. Gab das mit der Tastatur? Springer und so weiter. Irgendwie noch nicht ganz im Glück. Jo, Alter. Schaut euch das an, meine Eier, hä. Aber ich füte Nüsse. So. Ähm. Ja, da haben wir jetzt keine mehr. Den hätten wir sonst noch zerstören können. Aber, naja. Gehen wir an die andere Seite. Testen wir, ob wir es schaffen. Äh... Gehen wir... Oben. Ich vergiss halt immer wieder, dass eigentlich... Ach so, den kann man gar nicht. Okay. Na ja, gut. Das wusste ich jetzt gar nicht. Okay. So, jetzt bin ich... Ja, ich musste schon wieder was hinnehmen. Ich fände ganz viele Schlüssel gerade. Okay. So, wann kommen die Eier wieder? Aha. Oh. Oh, okay. Aber das hier können wir machen. In einem Shop können wir gehen. Das bringt uns natürlich wieder mal herzlich wenig. Hätte wir uns auch sparen können. Jetzt können wir hacken. Okay, das heisst, wir brauchen hier keine Schlüssel mehr. Ja, bäh. So, jetzt gehen wir noch schnell in den unteren Bereich schnell schauen. Was das ist und dann noch den Boss versuchen. Wow, ich habe jedes Mal ein bisschen Schiss dabei, gell? Oh, ich habe das mit dem... Oh, weißt du, das mit dem... Ah, da ist gar nichts. Okay. 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 Äh, wie geht die denn auf? Ich habe keine Ahnung. Schade. Bringt uns auch herzlich wenig, wenn wir die nicht eröffnen können. Naja. Dann porten wir uns. Ja, ja. Oh, versuchen wir es mal. Tommy. Der Puschte. Wo? Und? Ja. Aber ich renne Ich renne natürlich, gell, auch immer Boah, schon wieder aus Vorbei Ah ja ja, ich glaube das müsste man sich irgendwie merken Also ich weiss es nicht, auf alle Fälle Das war's mal Für Neon Abyss Fürs Erste, wir werden da sicherlich noch ein bisschen Weitermachen und das Ganze Uns noch vertieft anschauen Aber Übung macht den Meister Somit bedanke ich mich Recht herzlich fürs Zusehen Ich mache hier schnell wieder den Sound Weg hier So und dann Sehen wir uns bei der nächsten Folge Wieder, vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal Euer Peggy, bye bye 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 Euer Peggy, bye bye